Hier kann man also recht günstig Obst und Gemüse einkaufen. Fisch würde ich nicht entdecken, das ist Fennel Hall mit der Goldkuppe. Gibt es Geschäfte und Buchern und gleich daneben ist der Kindzimmer. Hier auf der... Die anderen schauen alle okay aus, zwar auch nicht so super, aber das geht. Soll ich das machen oder machen Sie das? Nein, nein, es geht schon. Wenn Sie nachlaufen, dann laufen Sie 4,8 Kilometer und das können Sie in ein paar Tagen erledigen, indem Sie in jedes dieser historischen Gebäude... ...und dann gegen Mel, wie sie alle heißen. Und die Herrin hat Beecher Stowe und da hat man den riesige Gesell. Den Seeschiffen und zum Teil hat man es eben vom Beech runter. Und das ist ein Schiffen und das ist ein Schiffen. Mom, I don't know they are. I wouldn't be sad if I was a little bit. Yeah, that's what I've noticed. I didn't know where to go. I didn't know where to go. Where are you going? This is here. Here are the 100 meters of, of course. It's not too much for me, but I'm not too much for them. I'm not too much for you. I'm not too much for you. Es war ein Stern und es hat mit Tränen hochgezogen. Ich bin auch hier gewesen, es war also unglaublich. Die wären unscharf dann, oder? Nein, die sind halb dunkel. Ich bin erst lange der Trab, bevor man so etwas kommt. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020